What up, mein Name ist Flash und ich werde dir zeigen, wie du in der kürzesten Zeit eine richtig effektive Mob und XP-Farm bauen kannst. Das Ganze dauert überhaupt nicht lange, ich werde euch alles Schritt für Schritt zeigen, also macht euch überhaupt keine Gedanken, dass ihr das Ganze nicht hinkriegen werdet, denn ich werde euch alles vorher zeigen und mit euch zusammenbauen. Für mehr von solchen Videos, wie ihr zum Beispiel auch ein Haus baut oder andere Redzone-Sachen einfach gerne ein Abo da lassen, ist für euch nur ein Klick und für mich eine riesige Unterstützung. Schaut auf meinem Zweitkanal vorbei, denn dort kommen regelmäßig Tutorials, die es auf diesem Kanal zum Beispiel gar nicht gibt. Der erste Link dazu ist in der Videobeschreibung und schreibt in die Kommentare, wo ihr in eurer Welt noch Probleme habt, damit ich euch mit Hilfe von einem Tutorial helfen kann. Diese Farm hier ist super einfach und ihr könnt die einfach ganz normal bei euch in eurer Minecraft Singleplayer-Welt auf dem Server mit euren Freunden und auch in Minecraft Hardcore nachbauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, denn das Einzige, was ihr braucht, was ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, ist auf jeden Fall ein Spawner. So, ich habe zufälligerweise einen gefunden, dafür gehen wir einfach mal unter die Erde, da unten sollte er mich schon anlächeln, genau so sieht es aus. Dafür ist es nicht wichtig unbedingt, was genau das für ein Spawner ist, das heißt also, ist es komplett irrelevant, ob da jetzt Zombies rauskommen, in dem Fall kommen da sogar Zombies raus, oder jetzt zum Beispiel Skelette oder andere Sachen. Die meisten von euch haben mich gefragt, warum das so sein kann, dass unterschiedliche Farmen immer so unterschiedlich viele Sachen abgeben, beziehungsweise unterschiedlich stark funktionieren. Das ist immer abhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad ihr auch habt. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Friedlich-Schwierigkeitsgrad ausgewählt, das heißt also, spawnen jetzt hier in diesem Spawner keine Mobs, noch weit und breit keine negativen Monster, damit wir hier erstmal einen Gans in Ruhe bauen können. Selbstverständlich habe ich euch auch wieder vorbereitet, alle Items, die wir benötigen, um diese Farmen fertig zu bauen und es sind wirklich unglaublich wenig. Also ihr braucht wirklich nicht viel, ihr müsst wahrscheinlich noch eine Spitzhacke dabei haben, damit wir noch ein bisschen was graben können, aber ansonsten ist es wirklich extrem simpel, ihr braucht wirklich fast gar nichts. Das ist alles und das nehmen wir auch einfach mal alles schon bereits raus. Denn das erste, was wir machen werden, ist, wir werden diese komplette Cobblestone-Wand, die wir jetzt schon vorgefertigt haben, die so naturell einfach spawned in Minecraft, werden wir komplett einmal abbauen. Das heißt, alle vier Wände werden praktisch dadurch nochmal um einen Block erweitert, indem wir das einfach nur abbauen. Das macht schon einen kleinen Unterschied aus, das heißt also, es darf kein Cobblestone mehr an den Wänden zu sehen sein, dass jetzt hier einfach nur vom Spawner gespawnt ist, deswegen einfach alle vier Wände abbauen. Jetzt sind wir auch schon gleich fertig. So, so muss das Ganze aussehen. Ich werde jetzt hier außen das einfach mal zubauen, damit ihr auch ungefähr einen Richtwert habt, weil hier ist jetzt noch eine Höhle dran, das ist ein bisschen so optimal, aber so muss das Ganze aussehen. Macht schon einen riesen Unterschied. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir nehmen jetzt den Boden auch noch raus, aber nicht nur eine Schicht, sondern drei insgesamt. Eins, zwei, drei. Auf die Höhe müssen wir mit allen Blöcken jetzt hier unten kommen, sodass der Spawner drei Blöcke in der Luft schwebt. Also einfach alles, was ihr habt, komplett rein investieren, dadurch den Boden abbauen. Passt bitte auf, dass ihr den Spawner nicht kaputt macht, denn den Spawner können wir auch mit Behutsamkeit Spitzhacken nicht droppen lassen, beziehungsweise der droppt nicht, der wird einfach nur zerstört, deswegen wichtig. Für die Farm ist es jetzt nicht essentiell komplett wichtig, dass ihr einen Skelett-Spawner habt. Wäre natürlich der Optimalfall, aber ein Zombie-Spawner wie den, den wir jetzt hier haben, reicht auch vollkommen aus. Und dementsprechend schaut, dass ihr in den besten Fällen entweder ein Skelett oder auch ein Zombie-Spawner habt, denn die machen sich mit Abstand am besten, weil die Mobs einfach am besten zu... Das sind einfach die besten Mobs, um sie wirklich aufs Ohr zu hauen und wirklich eine Farm damit zu bauen, weil bei Spinnen ist immer das Problem, dass sie sich auch wirklich an die Wand klammern und dann macht das Ganze irgendwie schon ein bisschen weniger Sinn. Ich werde jetzt einfach mal überall Fackeln hin platzieren, damit wir nämlich hier ein bisschen mehr Licht haben in der Bude. So muss das Ganze jetzt aussehen, das ist fast ein Quadrat, sehe ich gerade, also fast ein Würfel. Das, was wir jetzt machen, ist sehr, sehr wichtig. Da ihr wahrscheinlich im Survival-Modus spielt, ist es okay, wenn ihr euch eine unendliche Wasserquelle macht. Die macht ihr, indem ihr hier vier Blöcke praktisch einmal wegbaut und in die eine Ecke und in die andere Ecke Wasser platziert, dann habt ihr hier eine unendliche Wasserquelle und könnt die ganze Zeit einfach nur Wasser draufnehmen. Für die Leute, die in Creative spielen, die brauchen natürlich nur einen Eimer, denn was wir jetzt machen, werden, ist es so, dass wir einfach nur Wasser nehmen und in jede Ecke von diesem Würfel Wasser platzieren. Und ihr seht, alles ist wirklich mit Wasser gefüllt, bis auf dieser Block und genauso muss das aussehen. Direkter Block unter einem Spawner, das darf der einzige Block sein, hier in dem Quadrat, unten, wo kein Wasser ist. Das ist sehr wichtig, achtet da bitte drauf. Genau diesen Block werden wir jetzt nehmen, uns da rausstellen und zehn Blöcke nach unten gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann brauchen wir hier noch einen kleinen weiteren Raum, das heißt, ich drehe mich in jede Richtung und baue einfach mal drei Blöcke in jede Richtung weg und werde einfach diesen Raum auch so ausfüllen. Das heißt also, hier bis zu diesen drei Blöcken gehen wir, bis zu diesen ebenfalls, sodass der Raum sechs mal sechs Blöcke so circa ist. Muss ich sein, ihr könnt den auch größer machen, das ist wirklich unwichtig, wie groß der Raum hier unten ist. Bloß, dass wir wirklich ein bisschen Freiraum haben und am besten ist natürlich, wenn wir hier noch einmal die Decke um eine erhöhen, damit das Ganze nicht zu sehr gequetscht aussieht, ist aber euch überlassen. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen höher von der Decke, so sieht das Ganze schon deutlich besser aus. So sieht jetzt mein Raum aus. Jetzt machen wir folgendes und zwar platzieren wir direkt unter diesem Loch, wo wir praktisch schon hochgucken können zum Spawner, einmal einen Trichter, so und eine Double Chest dann links oder rechts daneben, ist dir komplett egal. Aber der Trichter muss in die Chests führen, das heißt also nicht nach unten gucken dabei und den so platzieren, sondern erst die Kiste platzieren und dann den Trichter so, dass ihr seht, das Rohr läuft perfekt in die Kiste, sodass wenn ihr jetzt hier ein Item reinfallen lasst, das Ganze auch komplett in der Kiste landet. Das ist ganz wichtig. Dann nehmen wir uns einfach irgendeinen Block unserer Wahl, zum Beispiel Kabelzone und werden hier komplett um dieses Loch rum einmal einen Block platzieren und dort drunter nochmal eine Slap, also eine Stufe, so. Denn so kann das Monster einfach nicht entfliehen und bleibt hier die ganze Zeit gefangen und wir können es trotzdem hier unten hauen. So, dann können wir hier einfach einen weiteren Weg nach oben suchen gleich, indem wir jetzt einfach in die Ecke gehen von unserem Raum und einfach bis nach oben in diesen Raum praktisch einmal durchbauen. Jetzt kommt natürlich das Wasser, so, aber das soll ja nicht so sein. Wir werden hier einfach Leitern hoch platzieren, sodass hier man praktisch bergab gehen könnte und darüber kommt einfach eine Falltür. So, kann man immer nach oben gehen oder halt eben auch nach unten. Und so kann man auch die ganze Zeit nach oben gehen. Es ist nicht schlimm, dass es wirklich in diesem Bereich liegt. Es ist vollkommen okay. So, dann können wir hier noch zwei weitere Leitern oder drei hin platzieren, damit wir hier auf derselben Höhe, wie, also einen müssen wir noch, auf derselben Höhe wie hier der Spawner rein können. So, denn wenn wir jetzt hier drin sind, sollte es so sein, dass wir direkt auf den Spawner gucken können. Das ist unsere AFK-Stelle, wo wir uns hinstellen können. Ist natürlich bei Skeletten wichtig, dass ihr euch ein bisschen Saver hinbaut. Das heißt hier zum Beispiel euch ein bisschen so einbaut. Aber bei Zombies könnt ihr ganz entspannt stehen bleiben, weil die klettern hier nicht die Leiter hoch. Vor allen Dingen nicht, wenn sie von der Strömung dahin getragen werden. Und was ganz wichtig ist, nehmt nachher, wenn ihr die Fackeln weg macht, eine Stufe, irgendeine ist egal. Ich habe jetzt einfach mal Smooth Zone Slabs genommen. Ihr könnt aber auch irgendeine andere Stufe nehmen und platziert die direkt auf dem Spawner rauf. Denn auf diesen Stufen können keine Monsters spawnen. Sonst habt ihr das Problem, dass ein paar Zombies hier oben spawnen und dann gar nicht nach unten fallen. So, der Plan ist jetzt, dass sie Monsters spawnen, dann von dem Wasser hier hingetragen werden und nach unten fallen und wir dann unten auf sie einschlagen können. Ja, hört sich ein bisschen komisch an, aber naja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal nach unten und ich werde mir jetzt einfach mal ein Looting-Schwert machen und wir werden einfach mal ein bisschen abwarten. Dafür setze ich auf jeden Fall Schwierigkeitsgrad auf Hart mal hoch, damit wir mal gucken. Und ich höre schon die ersten Monster, da kommen schon die ersten Monster runter. Zwei Zombies, drei Zombies. Okay, das ist ganz schön heftig. Und ich werde hier unten das Ganze nochmal ausleuchten. Und wir werden gleich mal gucken, nach fünf Minuten, wie viele Monster wir dann wirklich tatsächlich hier haben werden. Ihr solltet darauf achten, dass nach einer gewissen Zeit ist es nämlich so, dass genügend Zombies nachher auf diesem kleinen... Genau, dann passiert das. Also, dass nachher genügend Zombies hier auf diesem kleinen Fleck sind. Und ihr seht schon, wie viele Level wir bekommen. Alter. Und dann werden die Mobs nachher erdrückt. Ich glaube, ab 23 Mobs auf einem Block oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ab dann fängt es an, dass die Mobs praktisch zerquetscht werden und daran sterben können. Und ihr seht mal, wie viele Level ich bekomme. Alter, ich habe jetzt zwölf Level bekommen. So viel Zombiefleisch und noch ein paar andere Sachen. Es kann natürlich passieren, dass die Items manchmal draußen rumfallen. Und, dass wenn ihr zu nah rangeht, werdet ihr natürlich auch gehittet. Das kann gut und gerne mal passieren, wie ihr hier sehen könnt. Aber es kommen wirklich stetig Zombies nach. Also, ihr solltet immer so einen kleinen Sicherheitsabstand haben. Und am besten von der Seite schlagen, weil da seid ihr am meisten safe. Und die Mini-Zombies können durch diese Half-Slaps eben nicht durch. Und das ist halt das Gute. Das heißt, die Mini-Zombies können auch nicht rauslaufen und euch irgendwie attackieren. Aber ihr seht gerade, ich habe, das waren Realtalk, 2 bis 3 Minuten und ich habe 13 Level. Ist natürlich jetzt wieder abhängig, wie krass euer Schwierigkeitsgrad ist. Den könnt ihr hier sehen, indem ihr auf Optionen geht. Und hier oben rechts steht er. Auf dem Server ist er nicht veränderbar, außer man ist der Serverbesitzer. Aber in der normalen Minecraft-Spieler-Welt sollte man den einfach verändern können. Auf Hard habe ich jetzt gespielt. Das heißt, die meisten Monster kommen hier auch runtergedroppt. Hier haben wir schon wieder die nächsten Zombies. Und ja Leute, das war die XP-Farm, die ich euch heute vorstellen wollte. Diesmal mit Spawner. Falls ihr noch eine ohne Spawner haben wollt, die noch ein bisschen kranker noch ist von XP her. Dann einfach gerne ein Abo da lassen und vor allen Dingen mir in die Kommentare schreiben, damit ich auf jeden Fall Bescheid weiß. Wie gesagt, schaut auf meinem 2er-Kanal vorbei. Erster Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort gibt es regelmäßig Tutorials, die es auf diesem Kanal gar nicht gibt. Und schreibt mir in die Kommentare, wo ihr noch so Hilfe braucht. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag. Ich hoffe, es wird halt mal wieder an, wenn es in der Videobeschreibung gibt. Und da sind die Kommentare, wenn es um, wenn es nicht so ist, da ist gut.